zack 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 und dings müssen wir dann auch noch suchen gehen lehm weil da braucht man richtigen haufen dafür für die kirche allein für diese also seht er schon das dach wie groß das wird was wir da an roten ziegeln verbrauchen werden das ist schon immens muss nachher dann noch weiter gebaut werden wenn wir dann mal so weit sind gut jetzt kommen wir hier wieder dran jetzt können wir das mal kurz raus klopfen clock so jetzt muss ich mal schauen wie waren das ich weiß leider nicht mal ganz genau wie weit ich noch höher gegangen bin aber ich glaube das waren dann hier 1 2 3 4 5 ich probiere es einfach mal so 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ich bin mir nicht mal ganz sicher ob das soweit war das war jetzt fehltritt ja fliegen wir jetzt schön aber ich habe kein mod installiert aber fliegen wir dann auch wieder jetzt habe ich gedacht jetzt ist wieder vorbei 5 so so das müssen wir jetzt da drüben auch machen wobei das kommt mir noch ein bisschen zu wenig vor war ich da echt nur 5 wobei mit dem doch können können passen oder waren es doch 6 ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr trial and error sehe ich dann wenn es wenn ich das erste dach fährt drauf habe 1 2 3 4 5 so falls wieder abschmiert mal noch kurz 7 3 4 5 und da muss ich eigentlich auch so weit hoch gehen das möchte dann auch noch später verbessern sozusagen so eigentlich möchte hier 1 1 2 3 4 5 das sind ja die ecken von den türmen die müssen ja auch weiter hoch gehen noch und ich habe schon wieder hunger es gibt es doch nicht das hatte ich irgendwie anders da das sah anders da aus hier ich werde irgendwie weg finden das zu machen gut dann brauche ich mal kurz so war so was so was so was so was nein falsch so was da kann ich hier ein hier ein noch mal kurz so dass ich einen abschluss habe ja gute frage nächste frage wie komme ich da wieder drauf wie komme ich da wieder ne doch ich verwirre mich grad selber so da 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 das ist falsch das ach man hier raus und da raus und mein magen krummel der hat schon wieder hunger schweinerei ich kündige haha scheiße hol mal ist halt die erde ich wollte ja nur die erde holen so wie sieht das jetzt aus naja es ist moment mal habe ich das bett wieder hingestellt oder habe ich sogar mal gucken wie es bei tag aussieht ja muss man sich halt jetzt das braune gerüst da wegdenken so gut und wieder hoch und wieder hoch und noch eins hoch und mal die leite einfach runterfallen so da bin ich schon auf der höhe das müsse schon stimmen eigentlich kann ich mir das doch leicht machen und wenn ich schluck auf wenn ich nicht ganz so doof bin dann kann ich das so machen dann brauche ich nur zwei behilfsklötze aber an sowas denkt man ja nicht wenn man mitten im let's play ist so da und da da blub 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 so dann ist das da zu und dann kommt da jetzt das dach irgendwie drauf irgendwie das ich ja noch nicht machen kann weil ich noch keine roten ziegel habe oder nicht mehr genug ich müsste glaube ich noch ein paar haben mal gucken wieviel wir noch haben von der von der von unserem lager schrägstrich lager schrägstrich neues wohnhaus hier aktion wieviel rote ziegel wir da noch haben müssten aber dürften aber nicht mehr allzu viele sein da brauchen wir glaube ich noch ein ja brauchen tun wir eh noch einen haufen für das was wir äh wo haben wir die überhaupt reingepackt wo haben wir die reingepackt die roten ziegel hier unten schon mal gar nicht nein 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 na lauf nein 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 oder habe ich die jetzt übersehen das wäre jetzt natürlich auch toll oder haben wir sie drüben noch im quadratbunker na 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 hier miau na toll 25 das reicht vorne und hinten nicht ne da müssen wir auf lebensuche gehen haben wir eine schaufel dabei haben wir zwei so dann jetzt lehm suchen super boah vor allem richtig viel lehm da werden wir jetzt äh ich glaube hier haben wir echt schon alles gelehm looted hab ich jetzt lust eigentlich gar nicht komm dann machen wir weiter den rahmen noch bevor wir da leben suchen zack zack na kopfkratzer hier da rum hier dort auch alles zu hier der ganze weg versperrt da machen wir den rahmen gerade noch ein bisschen weiter das war aber anders da hier na egal das kriegt man schon irgendwie hin der rahmen der muss ja eh noch ein bisschen erweitert werden jetzt muss ich gerade mal gucken ich bin glaube ich auf der höhe richtig ja n doch ich muss da den rahmen wie komme ich da am ungeschicktesten dran wieder runter ach da muss ich mir da muss ich mir so behindest klötzchen klötzchen glaube ich setzen damit ich hier rankomme Moment mal kann ich das so ne kann ich nicht da müsste ich dann mach mal dann mach mal kurz hier sowas 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 das sieht doch schon mal ganz gut aus boah sieht das noch scheiße aus und die ausbuchtung hier da habe ich auch noch keinen plan wie ich das dann machen soll da war ich ja auch die habe ich nämlich auch nicht im original plan gemacht sozusagen so steine wo die gehen uns auch langsam zur neige steine müssen wir dann auch wieder brennen und und welche bauen dass das wieder passt so hier ohne wüste müssen wir uns auch noch suchen für für sandstone so da sollte eigentlich so passen was habe ich mir da für ein riesen projekt angehalst so ja mal ein bisschen schneller hier ich glaube eins noch ne ne müsste eigentlich stimmen sollte eigentlich stimmen jetzt ich hoffs wenn nicht dann muss man das eh wieder abreißen was gar nicht umständlich ist na na es ist gut wenn man nicht so die ganze zeit zu viel spätzt findet man schneller ruhige stellen wo man seinen dings dran stimmt das jetzt stimmt findet man schneller ruhige stellen wo man das rauschen vom mikrofon ausschneiden kann so was nun tun irgendwie wieder runter kommen ohne sich gleich auf die fresse zu legen schaffe ich das schaffe ich das ja wobei es wäre ja auch egal noch wir sind ja im baumodus gerade ist zwar ein bisschen langweiliger aber bei dem riesen ding da wäre das doof wenn ich das die ganze zeit unterbrechen würde so das sieht total chaotisch aus und da muss ich auch noch mehr überlegen weil das habe ich auch noch gar nicht hier hinten gemacht in meinem entwurf da war ich auch noch nicht so weit scheiße wie groß das ding schon wieder wird uah so jetzt muss ich mal gucken weil jetzt bräuchte ich echt jetzt wäre ich echt dafür dankbar wenn ich einen Flugmod hätte dass ich hier schneller arbeiten könnte aber nein das wäre dann cheat machen wir vielleicht noch mal auf den dritten in der in der in der das ist ganz